und vulkanglasschmied braucht man 70 gut da haben wir ja 71 passt ja speichern wir ab und weiter geht's aber oder wie das heißt ach das ist wieder so ein ding hier müssen wir wahrscheinlich noch gar nicht sein glaube äh ja sehr interessant ach hier ist eine tür klack auf ruhe mit gold gold ring steigert die fertigkeit leichter rüstung und auch hier eine meistertruhe die trich ist schon kaputt das war schon zu weit das war besser ach komm das ist nicht einfach für die leute die das spiel nicht kennen aber so viele ich glaube es guckt keiner zu der das spiel nicht kennt oder guckt irgendjemand zu der das spiel gar nicht kennt ich glaube nicht also was heißt also mit kennen meine ich der das nicht auch selber spielt ah das war fast das war schon besser wenig das war auch noch zu wenig ha so jetzt ist aber auf was ist denn hier für eine truhe meine presse so das war es hier aber ne ja okay dann gehen wir halt wieder raus ich denke mal das ist da hinten irgendwie eine geheimtür oder so ähm wo man dann von der anderen seite nur reinkommt und dann in die schwarzweite damit man von der schwarzweite dann wieder nach himmelsrand kommt das ich denke mal dass das so viele ähm wehmer städten ähm verbindet ich denke oder ich hoffe dass ich damit richtig liege ups und dann könnte man da immer mit diesen aufzügen ziemlich schnell von unten nach oben kommen ach so da geht es wieder ins pumpenhaus so zumindest meine vermutung kann auch falsch sein aber ich äh denke mal so falsch liege ich damit nicht so und jetzt geht es rauf nach himmelsrand schnell rüber nach äh äh weißlauf und äh ja dann holen wir uns noch die letzten pupunirnwurze oh was sehe ich denn da hinten ein drache wo bin ich denn hier großer fahrstuhl zumindest nicht in der nähe eines drachenhorts naja was macht denn der da der sieht irgendwie groß aus kämpft der da geh mal hin hallo ich will mitmachen wenn er kämpft gegen was ach Gott ich verstehe das war Aldi hier gibt's eine Feuerkugel nach der anderen kostet aber zu mir viel Mana mach was so was denn was denn ach komm spiel mit mir oh Moment wir müssten vielleicht mal eben äh den Bogen nochmal aufladen hier zack und dann packen wir da so gewöhnliche Seelensteine ja komm packen wir gewöhnliche Seelensteine rein und dann noch einen kleinen hier so der macht aber gar nicht so viel Schaden wie ich dachte was schon tot der letzte Schuss aber viel gezogen ich verstehe was hier passiert ist und zwar war das Alduin der hier wieder einen Drachen wiederbelebt hat und dann ist da hinten wahrscheinlich wieder so ein äh Drachenfriedhof wie ich sie ja so gerne nenne tja und damit haben wir wie in Turut getötet und bekommen Drachenknochen wie Drachenschuppen die wir aber nicht alle mitnehmen können doch können wir indem wir die Handschuhe rausschmeißen ach verdammt hätte ja klappen können ähm ja was äh hier haben wir doch noch was haben wir denn hier äh tja was können wir denn jetzt hier rausschmeißen ach hier genau ich hab ne Idee und zwar Ausdauertränke tsch tsch so wenn ich jetzt da hinten rüber laufen würde werden wir wahrscheinlich diesen Drachenfriedhof finden was wir jetzt aber nicht machen weil wir nach Weißlauch wollen und ich wurde gebeten in Markas ein Haus zu kaufen für 25.000 Gold Leute seid ihr des Wahnsinns so viel Geld gebe ich noch nicht für ein Haus aus ne werden wir auf jeden Fall dann auch bald machen ist ja auch kein Thema können wir ja machen müssen wir halt gucken äh dass wir dann das Geld auch zusammen haben ich werde dann vielleicht mal wieder ein paar Sachen verkaufen nach längerem mal wieder so ähm so jetzt hier tränkemäßig war glaube ich gar nichts ne hier die paar Rezepte oh jetzt haben wir doch 30 warum haben wir denn jetzt 30 und uns wird gewährt keine 30 angegeben was ist das denn hä moment aber hier hatten wir ja auch welche drin ne pur pur nirrenwurzeln müssen wir mal schnell da so abgeschlossen na wir hatten sogar schon die ganze Zeit äh über 30 hätte ich das gewusst ihr Verbrecher naja jetzt bringen wir noch eben Felle und sowas hier oben hin ja BULP Korundum was wir haben 60 Korundum Erz gefunden heftig Bela Statue äh nein kein Geld lagern Golderz Granatsteine ich hab mir gerade nur mal die Karte angeguckt weil ich äh nochmal wissen wollte mit den Standpunkten aber die ist ja echt mies die Karte wie so einiges in diesem Spiel aber man muss dazu sagen zeigt mir mal das perfekte Spiel wer das gefunden hat der äh kriegt von mir Geld kein Scherz zeigt mir das perfekte Spiel aber in meinen Augen perfekt das muss ich dazu sagen ich wollte hier aber auch noch ein paar kleine wieder wegpacken ach was hab ich denn jetzt schon wieder weggepackt Karte ich hätte beinahe schon wieder R gedrückt so okay und jetzt noch eben hier dran und ein paar Klamotten wegpacken äh 11 Teile Spitz hier war nix dann hier das kommt weg das 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 und das okay und jetzt möchte ich mal eben gucken wo wir hin müssen für Pupu und Nenwurz ich war gerade leicht äh desorientiert was ich überhaupt gucken wollte aber naja nein äh J zurück mit den Wurzeln das ist das mit den Schriftrollen und das andere soll man das wegbringen hallo äh äh tja bringe bringe 30 purpurene Nirnwurzel zu Avruza Sareti ah jetzt ist da was erschienen Saretihof ha da waren wir sogar schon ist ja interessant dann schnell dahin und weiter mit der Hauptquest jetzt müssen wir erstmal warten zapp 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 lalalala wo ist er der jute Sareti da hinten ach das ist ne die ah hier ist überall Nirnwurz wenn ihr etwas Geld braucht könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen ich habe Sinderions Überreste gefunden ich wusste dass dieser Tag kommen würde wenigstens starb der arme Sinderion bei seiner geliebten Feldforschung ich habe den alten Dummkopf davor gewarnt die Dinge zu überstürzen aber er wollte ja nicht hören vielleicht mache ich eines Tages dort weiter wo er aufgehört hat das ist das Mindeste was ich tun kann nach allem was er für mich getan hat ja ist ja schön und hier habe ich die purpurne Nirnwurze ihr habt etliche davon gesammelt wie ich sehe ich werde Sinderions Notizen durchsehen um ein paar Hinweise über die purpurne Nirnwurz und ihre Wirkungen zu finden hier bitte ich danke euch ihr habt der Alchemie einen großen Dienst erwiesen in dem ihr geholfen habt Sinderions Arbeit zu vollenden ich möchte euch diesen Band geben es ist eines der größten Werke Sinderions ich glaube das habt ihr euch mehr als verdient äh die Zen Band wie viel Glück beim Suchen dieser Jasper die Zen Band wieso die Zen Band Buch dann gucke ich bei Schlüssel auch gut äh wie hieß das jetzt sie sind sehr das geht immer so schnell weg man kriegt das gar nicht richtig mit ok das war es nicht das Tagebuch hatten wir ja äh oder war das doch jetzt hier irgendwie ne kein Amulett scheint das ein Buch gewesen zu sein das war es nicht das auch nicht so ah ne die haben wir ja schon länger als sowas Beschwörung Brief das Nirnwurz schreiben aber das äh kann es ja auch nicht sein hier Zen schreiben Gallus verschlüsseltes Tagebuch oh ja oh oh ja ja ich glaube das brauchen wir auch nicht mehr oder das hat sich ja auch mittlerweile erledigt hier Hamelins Tagebuch brauchen wir auch nicht was haben wir denn hier für einen Müll ich glaube Markgeräts Tagebuch ich glaube wir müssen auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen hier wegpacken aber was auch immer wir bekommen haben da ne naja ist ja auch egal ihr werdet mir wahrscheinlich wieder schreiben was ich hier übersehen habe vielleicht nervös wenn sich ein Mann mitgezogen hat so und jetzt geht es natürlich hier weiter mit dem hier und dazu sollen wir hier hoch und das machen wir oh Sonnenuntergang sehr schön und ein Drache nicht so schön hey da hinten ist wer wo soll ich denn jetzt hier hin ach da hinten soll ich hin na gut dann halt nicht zu dem Jäger hä willst du mich verarschen ach unter mir wahrscheinlich ok gehen wir halt mal runter hopps in die Eisruinen haben wir da waren wir da nicht schon also ich bin gerade verwirrt Leute hier waren wir doch schon in den Eisruinen weh jetzt sind hier alle Gegner wieder aufgesetzt was war das doch hier mit diesem Je sa und je da und bla hab ich hier was vergessen mitzunehmen oder wie ha zumindest sind die Gegner nicht wieder da dann kann man hier wenigstens durchsprinten ich war wirklich so dämlich und hab die Dinger vergessen was soll ich denn hier ab hier nicht hier lang nein auch nicht hä apropos ähm dann können wir aber hier mal eben Zotizen nö ich wollte nur mal gucken ob das dann hier vielleicht irgendwas gibt ok weiter geht's jetzt hier rauf hier lang und hier waren Brüder irgendwo ja hier waren die Brüder und hier geht's natürlich dann weiter ah ich hab mich grad schon wieder erschrocken wegen den Geräuschen und hier war nicht mehr nicht mehr nicht mehr hier war ich hab mich nicht mehr ich hab mich